In diesem Video geht es um ein Textgame von einem Klienten von mir und er hat mir eine Nachricht geschrieben und zwar hat er geschrieben brauche zum nächsten einen Übergang, hatte sie auf der Zeil am Donnerstagmorgen angesprochen das war dann als wir ein Einzelcoaching hatten, leider bis jetzt nicht allzu viel mit ihr getextet aber jetzt sofort hart auf ein Date pitchen, fände ich alles andere als smooth wobei sie ja schreibt, müssen wir unbedingt nachholen helf mir mal beim Übergang, kann ich das so schreiben wie folgt zu wenig oder mehr ausbauen oder würdest du erstmal abwarten was und dass sie antwortet das war jetzt der Text den mein Klient mir geschrieben hat und bevor ich dir jetzt seinen Screenshot, den er mit der Frau geschrieben hat vorlese und präsentiere, abonniere du doch jetzt mal ganz schnell diesen Channel und sichere dir den Vorteil, alle zukünftigen Videos mit Textgame Tipps und Textgame Vorlagen als erster zu sehen und für dein Game vor allen anderen nutzen zu können und wenn du mich als Coach für dein Textgame haben willst so dass ich deine Nachrichten analysiere und optimiere indem ich Nachrichten für dich vorschreibe, so wie ich es für meinen Klienten tue dann geh doch mal jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und trage dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und mein Team wird sich bei dir melden Kommen wir nun zum Textgame Beispiel meines Klienten und zwar hat er sie nach dem Daygame Approach angeschrieben mit Hey Melanie, wie geht's dir? Mit einem Doppelpunktklammer zu Smiley Fand's schön, dass wir uns heute Morgen begegnet waren auch wenn ich gern kurz mehr Zeit mit dir verbracht hätte War schon sehr überrascht, dass du fast aus meiner Gegend aus Bielefeld kommst bis dann Thorsten So, ich sehe jetzt sofort Schreibfehler und das Fehler und Kommafehler Darauf will ich jetzt aber nicht wirklich näher eingehen Den Opener hat er dann, hat er im Endeffekt selbst geschrieben da habe ich ihm jetzt nicht geholfen Sie antwortet aber und schreibt Hey mir geht's gut und dir müssen wir nachholen Das hat mich auch überrascht, ha 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 Und was wir hier schon sehen ist, dass sie auf die erste Nachricht nach anderthalb Stunden schon geantwortet hat und zwar kurz vor Mitternacht und er antwortet dann darauf sechs Minuten später um zwei nach Mitternacht So klein ist manchmal die Welt Ja, definitiv und gerne Dann aber zu Hause bei uns in der Gegend Bin jetzt aber etwas reichlich müde Dir eine gute Nacht und dann ein Halbmond Smiley Sie schreibt zwei Minuten später zurück Tatsächlich, Doppelpunkt, Klammer zu Smiley Gerne, ich bin ab Montag dann auch da Gute Nacht und rote Bäckchen Smiley So, ich gehe jetzt erstmal in die Analyse Bevor ich dir den Text zeige, den mein Klient geschrieben hätte Analysiere ich erstmal mit dir gemeinsam diesen Screenshot und gebe dir noch ein bisschen mehr Backgrounds Weil das hier ist ein Screenshot Ja, wie soll ich sagen, der kommt bei vielen sehr wahrscheinlich so in der Form Einfach vor nach einem ganz normalen Daygame oder Alltags Approach Also du hast eine Frau im Alltag angesprochen, ganz einfach Und dann schreibst du sie an Und ich muss ehrlich sagen, das hier ist so ein bisschen zu luftig einfach Es fühlt sich für mich so ein bisschen substanzlos an, dieses Textgame Warum? Er sagt, war schon sehr überrascht, dass du aus fast meiner Gegend aus Bielefeld kommst Das ist das Einzige, was irgendwie Substanz hat hier im Textgame Sie hat das Ganze auch überrascht Und dann bei seiner zweiten Nachricht, anstatt ein neues Thema zu öffnen Geht er wieder wirklich nur auf diese eine Tatsache ein, dass die aus derselben Gegend kommt ungefähr Und sagt, ja so klein ist manchmal die Welt Ja, können wir definitiv uns gerne wieder treffen Dann aber zu Hause bei uns in der Gegend Und was er dann macht, ist meiner Meinung nach nicht gut Er ejectet schon aus dem Textgame an diesem Abend Und sagt, bin jetzt aber etwas reichlich müde Was soll das denn sein? Also auch schon von der Formulierung her Bin jetzt aber etwas reichlich müde Also entweder bist du etwas müde Bin jetzt aber etwas müde Oder bin jetzt reichlich müde Wer sagt denn reichlich müde? Dieses Wort reichlich gefällt mir in diesem Zusammenhang überhaupt nicht Und sieht auch sehr, sehr trocken aus Wenn du das mal betrachtest mit diesem Punkt Bin auch etwas reichlich müde Punkt Dir eine gute Nacht Dahin geklatscht, trocken Das hätte man viel schöner schreiben können Mit Smilies Schön positiv Aber gut, okay Es wirkt nur so Und ich sag's dir aus analysetechnischen Gründen Sie schreibt tatsächlich Zu so klein ist manchmal die Welt Gerne Ich bin ab Montag dann auch da Gute Nacht Siehst du, sie ist schon mit dem Gute Nacht viel positiver auf der Endnote Gefällt mir persönlich viel, viel besser Es ist aber jetzt in diesem Textgame kein einziger Anhaltspunkt drin Warum die beiden nochmal miteinander schreiben sollten Also es gibt kein anderes Thema Außer, dass sie aus der gleichen Gegend kommen Damit müssen wir jetzt arbeiten Und nur um das Ganze mal zeitlich einzuordnen Am 16. Dezember haben die beiden sich kennengelernt Am 17. Dezember theoretisch das letzte Mal geschrieben Wenn man nach Mitternacht noch als 17. Dezember zählt Und jetzt haben wir den 20. Dezember Also vier ganze Tage später Das ist schon echt lange Ja Aber Es ist halt einfach so Und ja Mein Klient hat jetzt einfach zu lange gewartet Und er möchte das Ganze jetzt re-openen mit folgendem Text Hey Melanie, wie war dein Tag bislang so? Zwei Leerzeichen Falls du genau hinschaust Da sind zwei Leerzeichen, das sieht nicht gut aus Doppelpunkt, Klammer, zu Nächste Zeile Bist du mittlerweile eigentliche schon wieder zurück in Bad Salzuflen Wenn du genau hinschaust Eigentlich hat er nicht richtig geschrieben Das ist einfach so dahin geklatscht Und hier verstößt du auch gegen eine sehr, sehr wichtige Regel Die solltest du dir mal merken Stell keine zwei Fragen direkt hintereinander im Textgame Merk dir das Hier siehst du zwei Fragen direkt hintereinander Das ist nicht gut Wie war dein Tag bislang so? Und bist du mittlerweile eigentlich schon wieder zurück in Bad Salzuflen? Das ist nicht gut Zwei Fragen hintereinander solltest du niemals stellen im Textgame Merk dir das Ich habe jetzt eine Antwort darauf vorgeschrieben Was er hätte besser schreiben sollen An dieser Stelle als Text Und bevor ich dir den zeige Drück doch einfach mal ganz kurz auf den Like-Button Das hilft mir Noch mehr Textgame-Beispiele zu bekommen Um sie dir präsentieren zu können Damit du zukünftig auch weiterhin davon profitieren kannst Also smash jetzt mal ganz kurz den Like-Button Und ich zeige dir jetzt den Text Den ich darauf vorgeschrieben habe Für meinen Klienten Ich lasse den ersten Satz Genau so, wie er ihn geschrieben hat Also Hey Melanie, wie war dein Tag bislang so? Lasse ich genau so Weil erstens, das sind die Worte meines Klienten Zweitens, zweitens passt das Drittens habe ich nur das eine Leerzeichen zu viel Vor dem Smiley weggemacht Achte darauf Immer vor einem Smiley und nach einem Smiley Immer ein Leerzeichen zu setzen Und nicht zwei oder drei oder keins Es gehört immer genau ein Leerzeichen davor oder dahinter Prüf das Weil es lässt das Ganze einfach viel sauberer aussehen Und aus einem Guss sozusagen Dann habe ich seine Frage Bist du mittlerweile eigentlich schon wieder zurück in Bad Salzuflen genommen Aber komplett abgeändert Und zwar habe ich geschrieben Hab mich gefragt Ob du schon wieder zurück in Bad Salzuflen bist Und wollte dich fragen, ob du Lust hättest Die Woche irgendwann etwas gemeinsam zu unternehmen Fragezeichen, Leerzeichen, Doppelpunkt, Klammer zu Hier sehen wir Mehrere Dinge, die jetzt anders sind Ja, ich habe dir eben gesagt Du solltest im Textgame niemals Zwei Fragen hintereinander stellen Direkt Hier hast du aber so ein Zwischenteil Und der Gibt sozusagen auch die Ausnahme zu der Regel Und zwar ist der Zwischenteil Hab mich gefragt, ob du schon wieder zurück in Bad Salzuflen bist Und wollte dich fragen, ob du Lust hättest Die Woche irgendwann etwas gemeinsam zu unternehmen Das ist eigentlich keine Frage Das ist eigentlich eine Aussage Ja, ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest Ist eine Aussage Das ist eigentlich keine Frage Deshalb ist das hier die Ausnahme zur Regel Ich habe es aber zur Frage gemacht Weil ich da am Ende ein Fragezeichen hingemacht habe Ja, dadurch wird das Ganze Dadurch wird die Aussage zur Frage Und Warum Mache ich da jetzt keine Smileys rein? Ich finde In diesem Fall sind zwei Doppelpunkt, Klammer zu Smileys ausreichend Der Fakt Das mein Klient vier Tage gebraucht hat Um jetzt eine Nachricht zu schreiben Gibt mir das Gefühl Dass wenn da jetzt noch Smileys mit drin wären in der Nachricht Wäre es too much Zwei Doppelpunkt, Klammer zu Smileys sind relativ effortless Weniger Aufwand einfach Und dieses weniger Aufwand Betreiben Sorgt dafür, dass er etwas cooler rüberkommt Nicht ganz so needy Es sind einfach nur zwei Doppelpunkt, Klammer zu Smileys Und nicht so viel Mühe gegeben Für andere Smileys Um jetzt irgendwie besonders Cool zu wirken Besonders freundlich zu wirken Sondern es ist Es ist eine gewisse Balance an Coolness Und trotzdem positiv Ja Und deshalb sind einfach hinter diesen zwei Sätzen Doppelpunkt, Klammer zu Smileys Als nächstes Anstatt Dass er nur fragt Bist du mittlerweile eigentlich schon wieder zurück in Bad Salzuflen Und sie dann sagt Ja, bin ich Gehe ich hier noch einen Schritt weiter Ich Sage Hab mich gefragt Ob du schon wieder zurück in Bad Salzuflen bist Das impliziert seine Frage ja schon Und wollte dich fragen Ob du Lust hättest Die Woche irgendwann etwas gemeinsam zu unternehmen Fragezeichen Ja, das ist eine Aussage eigentlich Wie gesagt Aber Ich nehme den ersten Teil Und Checke sozusagen ebenso wie er Ob sie in Bad Salzuflen ist Aber ich füge noch hinzu Dass ich Sie fragen wollte Ob sie Lust hätte Hier ist der Konjunktiv Nicht ob du Lust hast Die Woche mal was gemeinsam zu unternehmen Sondern ob du Lust hättest Ja Die Woche irgendwann Irgendwann Dieses Wort ist auch so wichtig Weil Es einfach Von der Logistik her Dich nicht so sehr einengt Ja Die Woche Du könntest auch schreiben Die Woche Was gemeinsam zu unternehmen Ja Aber das irgendwann Impliziert Dass wir das gleich erst klären Sondern erst mal generell fragen Hättest du denn generell Lust Die Woche überhaupt Irgendwann mal was gemeinsam zu unternehmen Das sind so diese kleinen Feinheiten Die dann die Conversion Zum Date Extrem Extrem Steigern Und wenn du die nicht machst Wenn du so Lapidar So läppsch Schreibst Sowas wie Bist du mittlerweile eigentliche Schon noch mit dem E dahinter Schon wieder zurück Im Bad Salzuflen Das sieht so hingeklatscht Aus Wo sich jemand einfach denken könnte Dass du dir einfach keine Mühe gibst Und wenn du dir schon bei deinem Text Für den du dir vier Tage Zeit genommen hast So wenig Mühe gibst Dass da sogar Schreibfehler drin sind In zwei Sätzen Was bist du dann für ein Mensch In ihren Augen Ja In meinen Augen würde ich mir denken Ah die Person Die ist einfach blöd Die gibt sich nicht mal Mühe Noch nicht mal bei so einem Text Noch nicht mal nach vier Tagen Da würde ich schon mal ein Hate kriegen Ja Und aus diesem Grund Ein bisschen mehr Ein bisschen blumiger Ein bisschen mehr auf die Details achten Weil das machen super wenige Und damit unterscheidest du dich schon extrem Durch dein Text Game Von super vielen anderen Die online vielleicht auch schon mal Nach Tipps im Text Game gesucht haben Aber dann unglücklicherweise Auf so Tipps gestoßen sind So wie Schreib kurz knapp Mach kurz knapp das Date aus Schreib nicht viel links rechts Mach direkt das Date aus Und wenn sie nicht will Dann nexte sie Was für ein Bullshit Was für ein Bullshit Du hast dir die Mühe gemacht Du hast sie angesprochen Im Day Game Und dann im Text Game Klatschst du einfach So richtig trocken Irgendwas hin Das sinkt die Conversion extrem Und vielleicht hast du schon mal Die Erfahrung gemacht Dass du an einem Tag Irgendwie 10, 20 Nummern holst Im Day Game Beim Ansprechen von Frauen Aber davon irgendwie Keine einzige Zum Date konvertiert Und das liegt genau daran Das liegt genau daran Dass du dir zu wenig Mühe machst Im Text Game Und eventuell auch daran Dass du dir vielleicht Mühe geben willst Aber du weißt nicht richtig wie Und du erkennst nicht Diese kleinen Details Auf die ich jetzt eingegangen bin Weil du sie nicht wertschätzt Weil du denkst Ach das sind doch nur so Kleine Details Die einfach so hingeklatscht sind Wer gibt sich denn schon Mühe Wer denkt denn so lange Über so etwas nach Aber das ist genau der Unterschied Zwischen Kunst Und einfach nur dahin geklatscht Wenn du so darüber nachdenkst Dann ist das auch Kunst Weil du dir wirklich Gedanken gemacht hast Und das Ganze so gut machst Wie du kannst Und das ich sehr sehr oft frage Das wirst du in den Videos Auch bei mir sehr sehr häufig vorfinden Dass wenn ich jemanden Nach einem Date frage Frage ich sehr oft Hast du Lust Etwas gemeinsam zu unternehmen Hättest du vielleicht Lust Etwas gemeinsam zu unternehmen Das ist so der Hauptsatz Von dem ich denke Dass er am schönsten ist Wenn du jemanden Nach einem Date fragst Wenn du generell fragst Ja Generell Also ob du überhaupt etwas Über ein Unternehmen möchtest Gemeinsam Wenn du nach einem spezifischen Date fragst Also nach einer spezifischen Idee Wollen wir gemeinsam Zu McDonalds gehen am Samstag Das wäre jetzt spezifisch Dann würde ich das Ganze Ganz anders formulieren Ja Dann würde ich nicht sagen Hast du vielleicht Lust Gemeinsam zu McDonalds zu gehen Dann würde ich etwas anderes Formulieren wahrscheinlich Aber in diesem Fall Wenn du so generell fragst Dann ist der Konjunktiv In Verbindung mit Hättest du vielleicht Lust Etwas gemeinsam zu unternehmen Sehr sehr wirkungsvoll Und vor allem dann noch Mit dem Irgendwann Super 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 gut Weil dieses Irgendwann Impliziert auch Dass du dann in der nächsten Nachricht Die Logistik klärst Und zur Logistikklärung gehört auch Wann und wo man sich trifft Ja Und das Leitet das Ganze schon ein Dieses Irgendwann Ja Deshalb gehört das In meinen Augen einfach auch Hier rein Und wenn dir diese Textgame Analyse Gefallen hat Dann empfehle ich dir jetzt Einfach mal in die Videobeschreibung Zu gehen Und dort auf den Link zu klicken Und dich für ein kostenloses Beratungsgespräch einzutragen Dann kommt mein Team nämlich Auf dich zurück Und zeigt dir Wie du nach diesem Gespräch Auch weitermachen kannst Wie du dein Textgame Auf das nächste Level heben kannst Du bekommst viel viel mehr Textgame Beispiele Mit Textgame Analysen Und nicht nur die von meinen Klienten Sondern vor allem auch Meine eigenen Textgames Und zwar die kompletten Von Anfang bis Ende Komplett analysiert Und wenn dich das interessiert Meisterhaftes Textgame Zu lernen Dann trag dich jetzt unten ein In der Videobeschreibung Unter dem Link Für ein kostenloses Beratungsgespräch Und wir von Flirt Empire Zeigen dir Wie du das erreichst Und jetzt empfehle ich dir Hier das nächste Video Dir mal anzuschauen Und zwar zeige ich dir dort Wie ich ein Girl Das ich auf Tinder kennengelernt habe In relativ kurzer Zeit Zum Kommen gebracht habe Nur über Textgame Und ja du hast gerade richtig gehört Ich habe sie zum Kommen gebracht Also klick jetzt mal auf dieses Video Wir sehen uns dort Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich